so genau das auch ja dann würde ich sagen machen wir das und stellen wir etliche solarzellen auf das bin ich nur überlegen ich glaube zwei solarzellen für das fahrzeug dann wird es nicht zu groß weil man muss immer gucken wegen der größe monster fahrzeug auf einmal hat das lässt sich dann auch doof steuern das deshalb möchte ich nicht ja das brauche ich nicht das lassen wir hier liegen wenn wir für die energie aufladen müssen so wie ich das hier ja dann noch 28 prozent das heißt dann gehen wir hier oben auf den sitz laden das vielleicht ein ein letztes mal auf dreht er sich ja so doof noch kurz anstehen super wunderbar aufladen zehn tage reicht die energie ich glaube nicht dass wenn wir unsere industrieanlage angeschlossen haben dass es dann nur noch zehn tage dauert ich denke da ist der strom von ein paar minuten weg aber wir haben auch gerade nacht von da wird jetzt nicht wagen wollen sondern wobei wir sollten jetzt vielleicht nachts schnell noch die solaranlagen aufbauen und eine batterie dass es dann am nächsten tag gleich komplett laden kann das wäre glaube ich eine option ja ich denke das ist ganz gut das ist auch noch eine batterie ach hier ist der erzsensor ah ja ich wollte sagen der erzsensor ist ganz wichtig weil er muss auch ans fahrzeug wieder dran definitiv für den tank haben wir den tank schon aufgebaut den müssen wir das gleich machen jetzt wo die ganze komponenten dafür haben sollten wir den gleich aufbauen jetzt bin ich nur überlegen wie wir das machen also wir können jetzt den hier vorne dran stoppen dann guckt er so hin wir können ihn hier hinten dran stoppen dann guckt er nach hier ich muss auch ein bisschen gucken wie dem hydrogen tank oder obendrauf aber wenn ich den obendrauf mache dann müsste ich das cockpit irgendwie ganz doof anbauen es sei denn ich nehme das mit einem winkel oder so ja doch ich habe eine idee ich habe eine idee wie wir das machen und es dann trotzdem gut aussieht Sauerstofftank genau hier ist die Sauerstofffarbe keine ahme ich glaube die funktioniert mit Solarzellen weil wir haben ja hier nur oben und unten einen Anschluss das heißt müssen wir dann so drauf sitzen so und damit auch gleich fertig ach sehr schön denn was man nämlich beachten muss wenn man so ein Cockpit baut dann braucht man einen Solaranschluss also braucht man Sauerstoff denn ansonsten erstickt man in diesem Cockpit ja das habe ich auch nicht gewusst selbst wenn man hier rumfährt und man hat keinen Helm auf in diesem Cockpit ohne Helm kommst du da drinnen um ja das ist echt gut beziehungsweise werden das Ding halt keinen Sauerstoff produziert das ist echt krass so und dann brauche ich jetzt halt warte 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 erstmal gucken wir nehmen das Cockpit genau kann ich das da anbringen sehr gut so das würde ich da anbringen und damit es den Sauerstoff bekommt brauche ich so ein Winkel genau so ein Element so richtig genau so versorgt es uns nämlich dann mit einem was wir brauchen ach Motor siehst du Motor brauchen wir wir schweben erstmal kurz hoch schauen was der hier noch braucht auf Motor alles mögliche da können wir gleich mal direkt hier hinschweben nehmen wir die Platte weg und dann mache ich den Sitz platt und dann passt sich das dann haben wir eigentlich alle Komponenten die wir für das Cockpit brauchen das ist echt ganz gut dass sich das von den Komponenten her ähnlich ist dass wenn ich das Abbau einfach ein Cockpit auch draus machen kann mehr oder weniger aber das ist jetzt 1 zu 1 die Ressourcen sind da möchte ich mir jetzt nicht so hundertprozentig drauf festlegen aber ne Anzeige es ist eine Anzeige fehlt Motor fehlt gibt es das denn so so wo wir nochmal die Sachen die da vor sich sind ich glaube unten haben wir einen Motor drinnen hm warte mal so wenn ich das hier zerlege ähm ne das ist kein Motor aber ich zerlege es trotzdem dann ist das glaube ich auch weg ja eine Luft ist ja dafür da dass dann halt der Sauerstoff hier in das Raumschiff gepustet wird ähm damit dann halt hier entsprechend man rumlaufen kann auch ohne Hemm so dann haben wir einen Motor sehr gut ich mache das nicht komplett weg weil sonst würde das glaube ich abfallen mhm und das möchte ich nicht nicht dass der kaputt geht und Reaktorkomponenten dabei verloren gehen das wäre richtig bitter so so kurz fertig machen siehst du sehr gut und dann müssen wir wirklich gleich den Generator fertig machen dass ich äh auf jeden Fall wieder Energie auftanken kann denn das ist ja das Wichtigste denn ohne die Energie haha was das ja das sind echt so Sachen wo du hier mega bei aufpassen musst bei diesem Spiel weil wenn du einen Baufehler machst und irgendwie das verpasst herzustellen hast du gleich das ganze verkackt und hast gar keine Chance mehr so und jetzt ähm damit wir da rankommen und ich nicht jedes Mal hochschweben muss machen wir das kurz so hier aber wie immer eine andere Farbe aus ups was ist das so schön weiß genau und dann komme ich an alles andere noch ran aber komme auch da hoch genau sehr schön mal kurz das mal kurz das wieder mit der Standard Farbe genau weil jetzt sieht das ja doof aus sonst das wird schon recht groß ja okay wir brauchen aktuell äh später ist es auch schon so fast dass man über die äh äh ne 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 falsche Tasse ob man noch eine zweite Raffinerie hinstellt ähm weil es ansonsten ja eine ganze Arbeit dauert bis dann verschiedenere Materialien die man teilweise braucht also manchmal auch mal zwei drei Komponenten oder verschiedene Materialien für eine Komponente so ist passt besser und das dauert dann Ewigkeiten wenn man immer warten muss und dann hat die Raffinerie keinen Platz mehr weil sie keine Mineralien mehr aufnehmen kann und äh wir sind schon ein bisschen ätzend so ups ja gut das ist jetzt nicht so dramatisch das holen wir uns gleich ähm so wichtiger ist jetzt eigentlich der Generator dass wir uns den holen dahin holen wir uns aber erst das Uran raus so genau so da ist wichtig die Reaktorkomponenten hier gerade alle fein säuberlich abbauen sehr schön aha wunderbar das haben wir auch weg sehr schön dann können wir nämlich unseren Generator basteln so dann funktioniert der nämlich auch dann werden wir gleich mal gucken ob der sich dann entsprechend diese ganzen Sachen zieht weil wenn wir den jetzt anwerfen also ich werde das Uran glaube ich noch nicht reinpacken also ich könnte das Uran jetzt hier reinlegen dann müsste er sich das auch nehmen dann können wir gucken ob das funktioniert hier haben wir die Raffinerie ähm so gucken wir mal ach ne stimmt der braucht ja erstmal Strom sonst geht das ja nicht ah ja der muss erst laufen damit er entsprechend so Raffinerie mal gucken ja siehst du jetzt nimmt sie sich das sogar schon und Sauerstoff hier auch produziert sehr schön ja sehr gut sehr gut sehr gut jetzt kann ich ja mal in mein Cockpit gucken wenn ich das hier repariert habe genau sehr schön ja jetzt kriegen wir nämlich dann noch Hydrogen und Energie und alles aufgeführt und wir sehen 53 Minuten reicht das ganze aktuell ist echt nicht so lange ne ne nicht so wirklich aber wir machen mal eins wir stellen den Sauerstoff Generator aus genau denn den brauchen wir aktuell wirklich nicht und Schubs reicht es vier Tage ja denn der verbraucht unheimlich viel Strom und ähm das möchte ich eigentlich nicht dass der jetzt die ganze Zeit läuft und den ganzen Sauerstoff dann umwandelt nun den Tank voll zu machen das will ich nicht lieber ein bisschen warten dass wir dann entsprechend das ganze gehen jetzt bin ich überlegen wir müssen das ja verbinden miteinander ähm ich mach das mal so dass wir hier dann irgendwie die Solarzellen auffreien so ja das waren einfach grausende Bodenplatten die können einfach grau bleiben das ist echt in Ordnung schon wieder kein Stahl mehr ist das nicht klar gewesen ähm warte mal hier alles mal wegpacken ein bisschen Platz habe und weiter so wir sehen hier hat er schön das gemacht das könnte man jetzt in die Montageanlage packen ähm brauchen wir aber eigentlich gar nicht weil wie gesagt der Hut sieht das ja von alleine wenn das dann benötigt das ist echt gut ja kannst du nix sagen so jetzt schauen dass wir das noch fertig kriegen vielleicht kommt Solaranlage machen wir nächstes Mal hm ja ich glaube schon mach ich einfach noch so weit wie ich hier jetzt komme dann denke ich sollte es auch erstmal gewesen sein wir haben schon relativ viel geschafft das Schiff geht uns ja nicht verloren das ist das wichtigste da haben wir da keinen Zeitdruck und ich brauche mir keine Gedanken machen die ganze Zeit zu machen hm hm schaffen wir das denn noch rechtzeitig jetzt muss ich ja so lange aufnehmen warte mal 8 wenn ich jetzt die 8 drücke was äh hier ist die 8 ähm achso ich könnte schon platzieren hm wir können ja mal ich würde sagen nicht zu nah dran weil ich brauche jetzt einen Platz fangen wir hier an ja fangen wir hier an komm ähm so genau das hier so hinstellen aber er zeigt an Rot Herstellungskomponentenbraucher oh gut die können wir ihm geben ist nicht so das Ding ne ähm hier genau wir machen hier eine hin hier 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 und ich sag mal so vier Stück müssten eigentlich rein für so ne Batterie müssten vier Stück genügen kommt mir weiter kommen jetzt brauchen wir alles Stahlrohr Computer und Solarzellen natürlich ähm so ja so viel brauche ich nicht na komm schon los weg damit und hiervon auch und hiervon auch da können keine Ahnung 800 weg ja so hiervon brauchen wir vielleicht 50 davon brauchen wir ein bisschen mehr und natürlich Solarzellen bis zum Umfallen ich glaube dann haben wir schon fast alles zusammen was man braucht ja siehste haben wir schon alles was man braucht um so ne Solarzelle fertig zu machen und dann ne Batterie sehr schön so was hier ach das ist jetzt die Solarzellen ist auch nicht so wichtig wir machen erstmal soweit wie willkommen bei allen dass die Solarzellen stehen warum hab ich die nicht auf Motoren gepackt naja weil wir das hier nicht so dolle brauchen wie im Wälder im Wälder will ich zum Beispiel das immer mit Motoren kombinieren dass die Solarzellen dann ständig ausgerichtet werden können ähm nach der Sonne damit sie immer die maximale Energie liefern hier ist es jetzt nicht ganz so dramatisch weil ja die Sonne dreht sich um uns beziehungsweise ja gut wir wandern um die Sonne andersrum wäre ziemlich komisch das wäre so eine mittelalterliche Ansicht ähm und das ist ja immer wieder derselbe Ablauf das heißt wir haben eigentlich permanent Sonne drauf und ich brauche mir dann nicht so genau machen mhm das ist ganz angenehm so dann braucht man wirklich noch Solarzellen sehr schön ja viele empfehlen ja wenn man anfängt nach dem Motto ja wenn du Survival machst dann solltest du auf jeden Fall die Montagegeschwindigkeit und alles und hier diese Konstruktionsgeschwindigkeit auch rauf setzen weil sonst ist das viel zu lang ne finde ich nicht also es ist glaube ich schon dreimal so schnell aber ich finde noch schneller brauchen wir wirklich nicht das wäre Schwachsinn also dann macht es auch keinen Spaß wenn es dann so schnell ist also finde ich jetzt persönlich ne ja ne es muss nicht sein ne wirklich nicht so und vier Solarzellen dann habe ich auf jeden Fall hoffe ich noch genug übrig für zwei Solarzellen für ein Fahrzeug ähm oder wollen wir doch wenn ich ne Energiezelle da habe dann könnte ich daraus auch ein Flugzeug machen aber dann muss wirklich das gut aufgeladen sein so mal gucken ich brauche 64 ich hab das reicht genau für zwei ähm davon jetzt gucken wir mal kurz weil ich würde gerne nämlich schon ne Batterie noch schnell machen hier Batterie genau machen wir schnell noch ne Batterie die setzen wir wo setzen wir die denn hin wo die könnten wir hier neben dem Generator setzen oder ja machen wir die hier neben dem Generator das ist ganz okay denke ich Stahlplatten sagt er okay nehmen wir Stahlplatten mit weil es ist ja egal wo das ist es wird immer aufgeladen das ist echt ganz schön dass man sich da dann keine Gedanken drum machen muss dass man zum Beispiel das hier nicht mit Kabeln oder so verbinden muss mit dem Rest das ist echt ganz angenehm das wäre sonst ein bisschen problematisch Energiezellen sagt er jetzt okay ja wie gesagt zwei Stück reicht das nur vorbei ich bin gerade überlegen eine kleine Energiezelle müsste eigentlich wesentlich weniger verbrauchen das heißt vielleicht kriegen wir daraus dann nicht nur eine sondern gleich mehrere Energiezellen für es gibt ja keine kleine Energiezellen eigentlich sondern vielleicht kriegen wir dann schon mehrere Energiezellen raus zwei Stück oder sowas für so ein Schiff das wäre natürlich praktischer weil dann haben wir da mehr Sicherheit denn so eine Solarzelle an sich bietet nur wenig wenig Strom zuvor und das ist nicht so gut sehr schön das lädt auf warum lädt das auf weil der Generator den Strom produziert ähm wir sehen das zum Beispiel hier ich kann das mal zeigen aktuell derzeitige Zufuhr 12 Megawatt Abgabe 3 das heißt wir machen Plus das ist ganz gut ähm vollständig aufgeladen ist er in 10 Minuten ähm gespeicherte Energie hat er bisher so und so viel und hier maximal speicherbare Energie 3 Megawatt Stunden das ist nicht viel wenn man überlegt dass er hier äh so und so viel abgeben kann und aufnehmen ähm und was wir hier benötigen letztendlich ist das ja sehr sehr schnell also ne ja hier das brauchen wir jetzt aktuell ne es ist natürlich sehr sehr schnell aufgebraucht aber naja deshalb braucht man da auf Dauer dann auf jeden Fall noch mehr Batterien ähm die wir uns aber nicht leisten können weil wir die für andere Sachen machen ach du sitzt ich wollte mal gucken warte Batterie hier steht hier steht ja kleines Schiff ne was brauchen wir da ähm Energiezelle 20 boah den könnte ich ich hab ja nochmal 120 dann würde ich einfach nur sagen mach ich einfach nur 3 Batterien dran und lass warte dann einfach bis der voll aufgeladen ist dann müsste das eigentlich locker reichen dass man damit so kürzere Strecken fliegen kann das wäre natürlich ganz praktisch haaaa wir können das mal testen ja wobei halt testweise ist so ne Sache gut wenn es nicht klappt dann kann ich immer noch Räder dran klatschen und zur Not ähm ja doch das werden wir ausprobieren das werden wir ausprobieren ich denke das machen wir versuchen wir ein kleines Flugzeug zu basteln was mit Solarenergie funktioniert es gibt ja auch diesen Solarflyer der einmal um die Welt geflogen ist warum soll das dann hier im Jahre 20.000 Schlag mich tot nicht auch funktionieren gut dann soll es das hier auch erst mal gewesen sein bis zum nächsten Mal euer Mr. Zocker der überlebt das mal